Ja Leute, ich hatte dich schon im Titel gewarnt. Berühre diesen Virus nicht. Warum du ein Faschen? Aber es ist okay. Wir alle machen Fehler. Aber jetzt bist du krank. Okay. Nimm diese Maske. Ich gebe dir den Ingwer, den Imker-Honig und den Zitronentee. Um dich zu heilen. Ich hoffe es geht dir gut. Und bitte. Klick nicht auf den Gefällt mir und Abonnieren Button. Mit deinem infizierten Finger. Sonst wird jeder, der auf diesen Button klickt, infiziert werden. Wie auch immer. Ich wünsche euch Gesundheit.